Ich brauche eine neue Niere. Wer kann denn deine Niere spenden? Familienangehörige oder eben der Ehemann. Na super. Was wenn wir eine andere Niere besorgen? In diesem Darknet, da verkaufen sie sogar Schützenpanzer. Ich muss das erst mal verdauen. Du lehn dir nicht so weit aus dem Fenster. Ich? Bin ich ein schlechter Mensch? Bei einer Herztransplantation hätte ich dich bestimmt nicht gefragt.